Ja alle Leute, der Auftrag ist auch der gleiche wie Premier Inn, auch gleich Baujahr, nur ein anderes Hotel, ich glaube in dieser Reihe gibt es nur Schindler, bei anderen gibt es auch Schindler, bei anderen gibt es auch Schindler, da drüben gibt es auch Schindler, glaube ich, das ist der gleiche, ich kann nichts von unterschiedlich, hat nur das sechste Stockwerk, ich kann es testen. Diesen Piep, diesen Mi, diesen Sound, könnte man das nur Not benutzen, man will, aber ich will nicht die Not, die ich auslöse. Das ist also 14. Stockwerk 6. Hat sogar ein Stockwerk zwischen Stockwerk hier. Komm hier. Geht gar nichts hier. Aber ich will dir das Zimmer zeigen, vielleicht, aber das Zimmer sieht süßes geblieben aus. Ich möchte mal fragen, ob ich das Zimmer zeigen darf. Hallo? Hallo? Guten Tag, äh, ich eine Frage, ähm, darf ich einmal das Zimmer anschauen. Okay. Äh, ja, ich, ähm, ich filme dieses Zimmer, wir wissen. Okay, mach auch. Dankeschön. So, so sieht dieses Zimmer aus, in einem Hotel, wenn ich dir bedachten würde, dann, ja. So sieht dieses Zimmer aus, sieht echt schick aus, hier, das gleiche Hotel wie in Lüngberg, äh, in Köln, Hamburg, München, äh, ja. So sieht das Zimmer aus. Siehst alles gleiche. Ich könnte hier, auch mein Hotel wäre aber nur ein Erdgeschoss, die du mit Karte jetzt mal aufzubenutzen darf. Und es ist ein Gesungen, die hat jemand schon für mich gedrückt. Keiner, aber ich weiß, ich werde die Werden gedrückt hat. 602, 601. Diese Schrift ist eine Hotelschrift. Das heißt, Premierschrift. 601, 602, 603. Aber ich würde gerne diese Schrift mal benutzen, für meine Hotels, für meinen Kanal und so weiter. Echt, wir wissen, wie heißt diese Schrift? Ich glaube, die Schrift heißt Premierschrift oder sowas. Und diese Premierschrift, wisst ihr, das kommt aus England. Das ist ein England-Hotel. Und so ein Glück gibt es in Deutschland auch. Echt, ich empfinde das zum ersten Mal. Ich bin schon mal dreimal in echten Premierschrift überdachtet. Oder mehrmals. Und dann, wo es sich an die Schrift gibt. Hier haben wir alles umgesetzt. Was, diese Schrift kennen Sie hier. Aber warum haben die... Und haben kein Multi, und haben keinen Multipile gemacht. Keinen Gruppenaufzug gemacht. Und haben nur einzelne, das für einzelne, das für einzelne. Aber eigentlich könnt ihr zusammen machen. Könnt eigentlich zusammen sein. Aber nur eine Taste. Wir können gucken, welcher aufkommt. Aber warum sind zwei hier? Es ist kein Multi-Buy-Aufzug. Er hat drei Gruppenaufzug leider. Ich brauch keinen Scheiben. Ich glaub beim nächsten ist auch Multi-One. Ne, Neonado. Neonado ist der Nächste. Auch Schindler, glaube ich. Oder ein anderer. Lass uns euch überraschen. Was nächstes ist. Und da ist Feuer. Eigentlich braucht euch das nicht. Aber naja. Egal. Also Ansagen. Stockwerk Null. Und dann sagen. Wenn der Schein kommt. Der Schein kommt da. Dann sag ich kurz die Handkasche. Nur mit Platz geht es. Die Ansagen kommt. Die Ansagen kommt. Normalerweise. Ein Schindler aufzüge. Kommt die Ansagen irgendwo da. Aber bei 5500. Und die Ansagen da. Die gibt's allen extra. Mikrofon, diese drei Punkte da. Und der Schlagwerk 6. Ah Mist. Hab ich verpasst. Ich könnte mal 5.3300. die Tür mit den Schindler aufzügehaften. Ich könnte was machen. Und wenn man das nicht mehr machen kann. Das wird nicht mehr schwöre. Wie ein Schindler aufzügehet. Ich würde nur an den Schindler aufzügehen. Der Schlagwerk Null. irgendwie ein bisschen schlecht, irgendwie nicht so gut aufzuhalten wie ihr. Bis zum Glück sind sie mal nie, nie, nie stecken mit ihm. Hey, warte, ich steig deinen ersten Job. Oh shit. Ich steig's ein bisschen im ersten Job aus, besser. Damit die Frau mich nicht fragt, was machen sie denn hier? Um schon wieder antworten, ey. Das hasse ich. Ja, dann vielen Dank, Lars. Schauen wir so jetzt mit ihr. Ciao, Leute. Bleibt gesund, ihr, ihr liebte Mann. Auf dem Hotel, ich war in München, Hamburg, Köln, war ich, wo war ich noch in Prämien? Hannover war ich auch mal, nee, warte mal, wo denn nicht? Doch, 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 ey. Ich muss kurz mal überlegen, Leute. Ich ahne, Hannover war schon in Prämien, glaube ich. Das war in, äh, ich glaub, ihr müsst mal in meinem Video mal schauen. Ich würd mal suchen, Prämienaufzug Hannover. Auf meinem Kanal. In Hannover war ich nicht, glaub ich. Oder? Ich schaue schon lange her. In Hannover hab ich Prämien überdacht, oder schon? Ich hab's ja vergessen, leider, Leute. Wenn alle auf der Karte abgebildet stecken, eröffnet bis 2021. Es ist schon Ende. Es ist schon bei 2023, Leute. In München gibt's ein Schwabing-Nord, Sendinger-Tor, äh, 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 wo gibt's noch? In Stuttgart gibt's einen, um sich auf zu können, in München, für München, Stuttgart auch. Nein, in Frankfurt gibt's. Bei mir auf der ganzen Welt nur Prämien. Prämien. Und das in Hannover, Köln, Stuttgart, München, Nürnberg, Passau, Freiburg. Hey, Freiburg war's noch nie dort. Ja, Leute, das war schon Schluss. Dann, ciao und bleib gesund. Ihr, 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 ihr.